sehr gut ja klasse einfach ja freunde das leben ist hart was soll erzählen das leben ist hart junge imposterrunde ach du scheiße holen ist das geil glieder junge sunshine für 23 monate silence gaming dann für den follow erter mit dem follow rufus mit dem resub maluk was ist denn hier los vielen dank ich liebe euch seid ihr geil kommen wie wie kill wie samt gekommen kill 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 rein junge wie wie ein mädchen kill wie wie kommt sie durch jetzt jawohl junge so nämlich ein junge ja geil 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 das wird unsere das wird unsere runde ich habe im urin wir sind am putzen und leicht dreck vom jackal gekillt erstes meeting focus hallo der erste hat eine strichliste haben jetzt herausgefunden 3 raus der wurde nicht angezeigt war eben electrical oben auf dem rent am liegen und ich weiß vorher bevor ich die lights gefixt habe ist julie dann noch vorbeigelaufen hast du noch jemand gesehen julie kein gesehen erwartet du bist du nicht mit mir und kimo runter ins specimen gleich die kannst du dich mal kurz im juni und sagen wir dich gekillt hat ich weiß nicht bin noch hier in einstellungen so ein bisschen ich glaube ich aber der ist noch nicht so alt ich war eine lifeline da war noch nicht tot dann bin ich rüber zu uns gelaufen wir sind zu dritt runtergelaufen was wollte kimo mich killen oder auf einmal weg und dann weiß ich nicht raus also ich wollte die beiden töten da war der auf einmal unsichtbar ich bin ein chameleon ich habe ich bin der meinung da kurzen klar gesehen zu haben der dann also was soll diese diskussion jetzt wo ist denn die leiche die wollte ja okay dann wissen wir das auch wenn er leugnen will dass eine nähe von der anderen leiche sein also einer ist gerade ein intervall vor mir in die die kon reingegangen oben wer war das was ist ein intervall ja zirkel zirkus nicht nein wie heißt das zyklus krachen leute ein zyklos vor mir ich wollte mich da natürlich saven vor junger ein zyklos nicht zirkus ein zirkel zirkus ja oh hier ist ja oh hier ist jemand um sich war hier ist jemand okay wo ist wie wie wir müssen kommen wie wie du weißt ich bin cleaner wo wir wo bist du da 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 ja sehr sehr gut okay wie wie jetzt kommen let's go du bist es nein 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 das ultraschlecht kommen kill ihn kill ihn ja 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 zieh durch ich spame den button ist beim den button komm jetzt junge warum sag ich denn die ganze zeit junge das ist auf jeden fall der base da kann ich sagen ja ich war gekauft ich konnte nichts machen ja und julie stand am download und links lag die leite und dann ist julie nach links gelaufen ist ich glaube auch dass wir haben nämlich klar noch vor kurzem gesehen und tatsächlich steht wartet mal wer standen gerade auf kimos leiche ich dachte ich hätte reportet war es meine ich stand da gleich konnten ich war händkraft ach so ich glaube ich habe klar umfallen sehen aber einfach vielleicht war das ein lover kill ich denke ich bin sehr zuerst war kimo gestorben ist auf zwei sekunden gestorben dann vampire stefan ganz viel bedankt für den t1 sub ich küsse sein herz und den follow vielen vielen dank man auch gemacht ich habe das nicht mitbekommen können die mir an den kabeln und links von mir ploppt auf einmal dings auf und klöffelt um wie kannst du das machen es sehen wenn tatsächlich tun in kabel oder ein da ich die gerade fertig gemacht habe und auf einmal sehe ich kann mit kabel also da muss ich aber sagen da lag er schon also wo ich auch kommen lagern da bist du von den kabel losgelaufen er ist einfach umgefallen das sei sie komme ich jetzt auch hier also wenn katze die wahrheit sagt ja okay schwierig aber wenn katze jetzt uns einfach nur troll könnte das wirklich der aber sein und dann hätte malmö leiche gelten hat mindestens schon acht oder neun sekunden also okay aber dann empathie ist gibt es trotzdem für dich also schule ist klar ist einfach umgefallen ich habe da mit nichts zu tun ich bin mir gar nicht sicher ob das richtig ist. Ja, war auch nicht richtig. Haha, let's go! Ja! Warum steht sie da oben? Ah, jetzt. Jetzt, ja. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut, okay. Freunde, an der Stelle vielen Dank für den Hype Train. Vielen Dank an Among Us 898 mit dem Follow. Vielen Dank für die ganzen Follows. Haut euch rein ins Giveaway für das Amazon-Guthaben, ja? Auf Twitch und YouTube folgen. Ausrufzeilen Amazon. Für die Leute, die auf Twitch gerade zuschauen. Nicht für die Leute auf YouTube, ja? Freunde, für die Leute auf YouTube haben wir leider gerade kein Giveaway. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Und Kurzi mit einem Sub dabei. Es ist der Wahnsinn. Es ist übrigens absolut auffällig hier, aber es ist egal. Es ist egal. Tschüss. So. Sehr gut. Okay, okay, okay. Da ist Smeggy. Ja, Smeggy. Smeggy. Also, wir müssen jetzt cleanen. Oh. Okay, das... Faro ist gerade eben gestorben. In der Dunkelheit. In meiner Umgebung. Ja. Wo ist denn deine Umgebung? Meine Umgebung ist direkt vor der oberen Decontamination, wo ich nach rechts rein wollte. Und da ist Faro gestorben. Oh. Bibi ist wahrscheinlich... Schei hat wahrscheinlich Bibi gekillt, ne? Das ist mehr Infos, habe ich nicht. Der durfte ungefähr zwei Sekunden tot sein. Also, der war noch in der Unfallanimation. Ich habe direkt gebraucht. Ich bin gerade in den Lab reingelaufen. Und ja, ich wollte das Licht nicht fixen. Hä? Wo bist du reingelaufen? Ich bin gerade in den Lab reingelaufen. Okay. Ich war eben ins Deutsch, wollte dann meine zweite Auffilltask machen. Dann ist das Licht aber ausgegangen und dann bin ich in den Lab gelaufen, weil ich nicht das Licht fixen wollte und Angst hatte, da zu sterben. Also, guck mal, die Sache ist die... Äh, grad kam es Smeggy No. 2 entgegen. Vivi habe ich oben in Electrical noch gesehen. Das heißt, Vivi muss irgendwo da in dem, ähm, Bereich gestorben sein. Smeggy ist hochgelaufen in Electrical und Schei kommt gerade dann wohl aus Electrical. Also Richtung von da. Nee, ich war eben nicht in Electrical, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, okay, aber du kommst ja von links, ne? Das heißt, entweder... Entweder Schei oder Smeggy muss jetzt, äh, Vivi getötet haben. Ähm, nee, ich habe kein Kill gemacht. Ich kann aber sagen, dass Maimel auf jeden Fall etwas war, was wenden konnte. Maimel ist in den Kommunikation in den Wend gesprungen. Der könnte die Wutte gewesen sein. Wie alt ist der Kill? Keine Ahnung. Hä? Zwei Sekunden? Ja, aber da musst du selber gekillt haben, Katze. Nee, habe ich nicht. Deswegen, das Problem ist, dass es dunkel ist. Ich sehe nicht, ob da noch jemand wirklich in meiner Nähe steht. Wen hast du jetzt gewohnt, Schei? Äh, ja, dich. Okay. Was? Ja. Faru! Faru, du bist ja eigentlich der Rentner. Tut mir halt leid. Ach, nee, Vivi war Lover. Ach, nee. Faru tötet sich einfach selber. Ach, Faru, Mensch. Oh, ist das total. Oh, ist das total. Junge, es kracht, Freunde. Es kracht an allen Enden. Kinder, an der Stelle. Hallo, YouTube. Ich grüße euch. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn dem so ist, Freunde, dann gerne kostenlos mal ihr ein Abo dalassen. Wir sind auf dem Weg zu den 10.000 Abonnenten. Da auf jeden Fall ganz viel Liebe und danke. Küsschen, Küsschen, Küsschen. Ja, und schaut gerne drüben auch auf dem anderen Channel vorbei. Der Link ist in der Videobutzschreibung, okay? Wir haben da sehr lustige Videos. Es ist lustig und man hat eine Menge Spaß. Okay? Hier einmal ganz kurz ein Sneak Peek für euch. Ja? Man lacht, Freunde. Man ist am Lachen. Ja? Sneak Peek. Mach dir das Schaden? Ja. Klasse, Freunde. Einfach klasse. Deshalb kostenlos bitte abonnieren. Tschüss.